Am 27. April startete die Digitaldruckerei Copy & Paste in Rostock eine Aktion für Eltern und Schüler. Bis zum 30. April hatten Familien die Gelegenheit, Schulunterlagen kostenlos drucken zu lassen. Wir sind selber Familienväter und haben das Problem mitbekommen, dass die Eltern ihre Kinder selber zu Hause beschulen müssen. Und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt haben wir wieder auf und können im Prinzip den Eltern helfen. Und den Kindern natürlich. Zusammen mit dem zweiten Geschäftsführer Daniel Nitsch ermöglichte Copy & Paste jedem Schüler den Druck von 50 Seiten. Erleichterung für das Homeschooling.